Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Heute möchte ich mit dir über den Saturn-Ingress in das Zeichen Fische sprechen. Ich habe schon ein Video gemacht über den Pluto-Ingress ins Zeichen Wassermann, der ja mal so kurz reinlunst, aber Saturn tritt am 7. März fix ins Fischezeichen ein. Und Saturn ist so ein Planet, der bleibt zwei Jahre in einem Zeichen, so kann man sich das vorstellen. Wir haben Saturn beobachtet, vielleicht erinnerst du dich, am Ende des Steinbocks, wo er mit Pluto diese große Konjunktion hatte und Jupiter zusammen, wo diese ganze Covid-Pandemie ausgebrochen ist, wo diese ganzen Restriktionen, die Einschränkungen, wo das Alltagsleben runtergefahren wurde, wo wir eine Gesundheitskrise hatten. Also all das war in dieser Saturnin-geprägten Zeit, wo wirklich so diese Dominanz des Saturn im Steinbock also fast festgemauert war. Saturn ist der innere Regulator, ist im Prinzip der, eine liebe Freundin von mir sagt, der Du-Du-Finger, dieser mahnende Finger, der aufzeigt und sagt, was brauchst du wirklich? Konzentrier dich aufs Wesentliche. Also auch der innere Lehrer, der innere Anwalt, die innere Autoritätsperson. Und Steinbock steht auch für das Bestimmende, für die Öffentlichkeit und die Bestimmung. Also es ist durchaus eine einschränkende, aber auch sehr klärende Energie. In der Schattenform bringt Saturn dir Einschränkung, vielleicht Müdigkeit weniger, er schränkt deine Energie ein, er schränkt womöglich deine Finanzen ein, er schränkt gewisse Mittel ein. Aber er lernt, er lehrt dich dadurch, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also kann man nicht sagen, dass Saturn jetzt negativ ist. Auch wenn man sagt, ja, das ist jetzt schlimm, sondern Saturn hat immer so zwei Seiten. Und wenn du ihn von dieser klärenden, nüchternen Seite siehst, wo man sagt, da geht es um deine Selbst, um die Eigenverantwortung, um klar in deiner Kraft zu stehen, um deine Bestimmung auch zu leben. Also wofür bist du wirklich gemacht? Wirf mal alles weg, was du nicht hundertprozentig brauchst. Dann ist Saturn ein guter Ratgeber, der dir auch die nötige Beharrlichkeit gibt, so durch Krisen zu gehen. Saturn war jetzt zwei Jahre im Wassermann. Was sagt denn das? Im Wassermann, in diesem revolutionären Zeichen. Was ist denn passiert? Was ist denn mit der Bestimmung passiert? Was ist denn mit deiner inneren Klarheit in diesen zwei Jahren Wassermann passiert, in diesen Auf und Abs? Hast du das Gefühl, du bist besonders klar gewesen? Hast du das Gefühl, du bist besonders strukturiert gewesen? Hast du das Gefühl, du bist besonders gut aufgeräumt gewesen und hast deinen Weg, deine Vision ganz klar verfolgt? Also wenn ja, dann gratuliere ich dir, weil da gehörst du wahrscheinlich dann eher zur Minderheit, sondern die Mehrheit wird wahrscheinlich sagen, naja, es ist ein bisschen schwierig gewesen, da immer sich klar auszurichten. In kurzen Etappen sicherlich einmal, aber im Gesamten ist es natürlich durchaus schwierig gewesen, die letzten zwei Jahre. Und jetzt wechselt der Saturn eben ins Fischezeichen rein. Und Fischezeichen steht ja für das Jenseitige. Du kannst dir das mal vorstellen. Gegenüber dem Fischezeichen ist das Jungfrauenzeichen. Jungfrauenzeichen, die Jungfrau ist der Realismus, ist der Alltag, ist der Arbeitsalltag, ist so das Leben, ist eben so, dass das Leben relativ trocken betrachtet und sehr, sehr bodenständig ist, ein Erdzeichen. Und da gegenüber ist das Fischezeichen, das Wasserzeichen. Und Fische ist eigentlich die Auflösung von allem, was wir kennen. Also merkt ihr einfach mal Fische-Auflösung. Merkt ihr Fische-Traum, Fische-Nichts-Konkretes. Fische-All-Eins, Fische-Heilung, das sind so Begriffe, die wir mit dem Archetypus Fische verbinden in der Astrologie. Und da kommt jetzt das Konkrete, die Realität, das Nüchterne, die Bestimmung, die klare Einschränkung kommt in diese Auflösung rein. Was bedeutet denn das? Wenn du jetzt dir mal vorstellst, etwas, das sehr klar, sehr nüchtern, sehr bestimmend ist, geht ins All-Eins rein. Dann kann man einmal sagen, da kommt Klarheit in das Seelische rein oder Einschränkung in das Seelische. Und das ist für mich ein Zeichen, wenn du innerlich auf deiner Seelenebene in so einer Zeit, wo Saturn im Fischezeichen ist, wenn du da innerlich nicht sehr klar bist, auch im Spirituellen, nicht sehr klar bist, sehr strukturiert bist, dann wird das einen Leidensdruck ausüben. Dann wirst du dich leichter verirren. Dann kann es auch sein, dass du Probleme bekommst. Also das ist natürlich auch eine gute Zeit, um sich mit klaren, spirituellen Gedanken auseinanderzusetzen. Astrologie hat sehr viele sehr klar gezeichnete Wege, auch viele verwirrende Wege. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, wie alles eigentlich ist, was sich ein bisschen mit dem Inneren beschäftigt, mit dem Seelenweg beschäftigt. Gibt es da sehr gute Sachen und auch sehr, sehr verwirrende Sachen oft einmal, die dich eher vom Weg abbringen können. Aber da ist es eben wichtig, innere Klarheit zu schaffen. Das heißt, deine Seele sollte klar sein, sollte Klarheit schaffen. Über zum Beispiel Astrologie ist da ein gutes Bild, um sich damit zu beschäftigen. Oder auch, wie es auch ich mache, so vom Energetischen her, dass du sagst, okay, du arbeitest mit der Aura oder auch mit Aura-Chirurgie, dass das etwas Klares ist, etwas Konkretes ist, dass das kein Wischiwaschi ist mit ich fühle irgendwas und dann kommt irgendwo was daher. Das muss etwas, das sollte klar sein in dieser Zeit. Und dann, denke ich, wirst du da ganz gut durchgeführt durch Saturn im Fische. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so dieses Zeichen, wenn die Klarheit eingeweicht wird und weg geht, was kann da passieren? Das kann Zeit einer großen Verwirrung sein. Also es geht auch darum, denke ich, ganz stark zu sagen, wofür bist du wirklich bestimmt und in welcher Zeit möchtest du da leben? Und ich glaube, das ist auch so ein Aufruf an unsere Seelen, in Ermangelung eines besseren Wortes, an unser Innerstes, in die eigene Kraft, in die eigene Bestimmtheit reinzugehen und diese Zeit auch mitzubestimmen. Und zwar auch vom Seelischen. Dass du dich nicht mehr als Opfer siehst, klein siehst oder irgendwie als Spielball der Umstände, weil man eh nichts machen kann. Dass du ganz klar eine Seelenhygiene betreibst, dass du ganz klar dich von bedrückenden Gedanken, einschränkenden Gedanken befreist und schaust, dass deine Seele wirklich ihr Potenzial leben kann. Das heißt, in Würde, in Freiheit, in Klarheit und da auch wirklich zu dir stehen zu können. Also das ist für mich da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dieses Saturn-Ingresses in das Fischezeichen. In einer etwas einschränkenden Vision wieder kann das natürlich auch das seelische Leid sein, das Leid der Seele, die Not der Seele, die Einschränkung der Seele, was dann auch sich mit psychischen Erkrankungen natürlich auch ausleben kann. Da kann es eben sein, dass in so einer Zeit, in den nächsten zwei Jahren noch mehr so Depressionen und eben andere psychische Geschichten so raufgespült werden, dass das noch mehr wird aufgrund dieser belastenden Umstände, die wir erlebt haben. Und deshalb, denke ich, hat man so die Wahl zwischen geistiger Gesundheit, seelischer Gesundheit und das ist das Bewusstsein, dass du eine Seele hast, dass diese Seele unverletzbar ist und dass du klar in deiner Mitte bleiben kannst. Ich denke, dass das so ganz wichtig ist und dass das auch, dass du da dich auch darauf beziehen solltest und dass du ein würdevolles, klares, freies Wesen bist, das sich in der Vielfalt entfalten kann. Wenn du das Gefühl hast, du steckst zu sehr fest in äußeren Begebenheiten, dann such diese Blockaden mal nicht aus und sag, ja, das ist die Zeit und das ist wegen dem Krieg und das ist wegen der Gesundheitskrise und das ist wegen irgendwelchen Geschichten in der Politik oder sonst was. Vergiss mal die ganzen Ausreden, knick das mal alles und erlaube dir selber, seelisch mal in deine Würde, in deine Freiheit, in deine Klarheit zu gehen, in deine Eigenermächtigung, nämlich auf das Terrain, wo du wirklich etwas für dich verändern kannst. Und das ist, denke ich, ganz klar der Aufruf auch von Saturn in Fische. Werde innerlich klar, werde innerlich frei, sei selbstbestimmt, sei in deiner eigenen Verantwortung. Selbstbestimmt heißt nicht, nur ich und da mit Ellbogentaktik vorzupreschen, vorzupreschen, sondern sei dir einfach klar, dass du Teil eines Gesamten bist, Teil dieser Welt bist, Teil anderer Menschen bist, dass da alle eigentlich genau so gemacht sind wie du und mach dir einfach bewusst in einer Klarheit, in einer Würde, aber auch in einer gewissen Demut, dass dir diese Lebensenergie zur Verfügung gestellt wurde, dass das nicht selbstverständlich ist und kein Mensch garantiert dir Frieden oder politische Freiheit oder sonst etwas. Kein Mensch garantiert dir Wohlstand oder Zufriedenheit über materielle Dinge. Aber dort, wo Frieden ist, wo Freiheit ist, das ist in deinem Inneren und ich denke, dass Saturn in Fische da eine gute Zeit ist, sich auch mit dem zu beschäftigen. Beschäftig dich mit Astrologie, aber lass dich nicht zumüllen von irgendwelchen Meinungen, was etwas bedeutet, sondern werde selber mal bewusst, was bedeutet denn das System. Mach dich da vertraut damit. Besuche mal energetische Seminare, wenn du möchtest. Bei mir startet im April jetzt die Ausbildung wieder, wo es darum geht, ganz klar in der unsichtbaren Welt zu arbeiten, ganz klar dich selbst in deinem Familiensystem, in deiner Aura, in deinem Körper aufzustellen, zu positionieren und auch energetisch klar zu arbeiten. Also da gibt es Möglichkeiten, wie du diese zwei Jahre auch gut nutzen kannst, ohne da in eine Krise zu verfallen oder einen großen Leidensdruck zu verspüren. Auf jeden Fall, dieser Saturn in Fische deutet eigentlich für mich so ein bisschen der Weg vom äußeren Chaos in die innere Klarheit an. Und das ist für mich so das Motto. Vom äußeren Chaos in die innere Klarheit. Das bedeutet für mich so dieser Saturn-Ingress in das Fischezeichen. Ja, ich hoffe, du kannst dir aus dem Video etwas mitnehmen. Ich freue mich natürlich auf deine Kommentare, auf einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Wenn es dich interessiert, was ich so anbiete an Kursen, Seminaren, schau mal bei meiner Homepage vorbei. Findest du unten den Link hier irgendwo. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erany. Tschüss und alles Gute.